Hey Fresh Family, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video! So glücklich Leute, dass wir jetzt unser Auto endlich haben. Wir sind jetzt unterwegs. Halleluja Leute, heute ist endlich Programm. Wir gehen jetzt erstmal was frühstücken, nehmen euch mit, zeigen euch eine Location, wo man richtig gut frühstücken kann. Ich war selber noch nicht da, aber wenn. Und heute kommt ein QSL Vlog für euch, oder erwartet euch einer. Also macht jetzt schon mal den Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Um nichts zu verpassen, folgt uns auch auf TikTok Leute. Wir gehen zum Bliss und was Bliss ist, das werdet ihr auf jeden Fall in diesem Video noch erfahren. Das ist was richtig cooles. Also Leute, wie gesagt, abonniert den Kanal um nichts zu verpassen. Und wir wünschen euch jetzt gern viel Spaß beim Zuschauen! Cool! Also Leute, hier an den Straßen seht ihr immer Leute, Hello, die hier so Sachen verkaufen. Guck mal hier auch so Bauarbeitersteine oder ich weiß nicht. Hier wird gerade ein Grill angemacht, da wird bestimmt so Kochbananen gleich gegrillt. Hier bekommt man alles an den Straßen, Leute. Das ist ganz cool eigentlich. Du kannst während du autofährst einfach shoppen gehen. Wir sind angekommen! The Good Baker Leute! Oh mein Gott, ich hab so Hunger! Hallo! Wir sind jetzt angekommen und suchen jetzt nur noch einen Parkplatz. Das ist ja auch ziemlich schwierig, weil du immer nur, also zum Beispiel wollten wir auf der anderen Straßenseite parken und da dürfen wir aber nicht parken, weil wir nicht ins Gebäude reingehen. Also müssen wir jetzt woanders gucken. Ist doch logisch, ist doch in Deutschland viel, ne? Nee, eigentlich nicht. Nein? Keine Ahnung, in Deutschland park ich überall. Aber wir versuchen jetzt den Parkplatz und dann gibt's endlich Essen! Wer hat Hunger? Yeah! So Freunde, jetzt sind wir da! The Good Baker! Leute, ich freue mich! Ich bin richtig gespannt, wie du das findest, ja? Komm, lass mal gehen! Let's go! Wow! Seid ihr alle heute in grün? Deine Schuhe sind sogar grün! Deine Schuhe sind sogar grün, ne? Das sieht ja richtig nice aus! Okay, los! Let's go! Genau, ich glaube, hier ist gut. Kina, du musst sagen, thank you! Breakfast ist immer noch da. Frühstück können wir noch. Du, Mausi, was möchtest du? Eier! Roulette? Nee, Spiegelei oder... Spiegelei! Rührei oder Omelette? Wir machen einfach Roulette auf den Rührei und Omelette. Roulette! Ah, yeah! Oh, lecker Schmecker, Kayden! Ich wollte gerade... Und das ist meins? Ich hab keine Ahnung, was ich hab. Und du hast deinen Eiskaffee Latte Macchiato? Ja. Achso, und Kina, was hast du? Dein Saft kommt gleich. Nicht traurig sein. Nein, es kommt auch noch. Ich geh auf Instagram. Leute, ich wollte gerade mit Papier trinken. Nein, du musst Papier abmachen. Hast du abgemacht? Ja. Und dein Eis Latte Macchiato? Ich taste das jetzt gleich. Ihr wisst selber Instagram, aber ich muss Story machen. Und deswegen folgt mir gerne auf Insta, ne? Genau, Leute, jetzt alle, die uns hier verfolgen, verfolgt mal diese auf Instagram, ja? Sie nehmt euch immer mit. Ich hoffe, du blendest das auch ein. Ich hoffe, alle, die mit da sind und sich interessieren für dein Leben, folgen dir. Ich denke nicht, dass die für welche folgen. Glaub ich nicht, du bist zu langweilig. Schmaß. Komm, ich taste jetzt. Oha, okay, warte mal, nicht alles trinken, ja? Das kommt ja noch dein Essen. Guck mal, Bikini. Okay, Leute, ich taste jetzt. Ja, taste mal. Schmeckt super? Ich hätte gedacht, dass das so voll mit, also viel Kaffee ist, aber der ist nicht lecker. Der Besitzer kommt aus Frankreich übrigens. Schmeckt's? Okay, was hast du da, Papa? Ich weiß nicht, was ich hab. Er hat mir irgendwas zusammen gemixt, meinte. Also, was heißt irgendwas zusammen gemixt? Ich meinte so, ja, ich möchte irgendwas haben, mach mir was. Und jetzt... Sieht auf jeden Fall Milch nicht aus. Ja, mal gucken. Okay, dann. Ich glaube, das ist ein Frappuccino oder so. Okay, 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 und? Also, nichts auszusetzen, ja? Mach mal, schmeckt das? Knaja, dein Pineapple-Smoothie kommt. Oh! In ein Ananas drin, ja? Wow, Kina! Was sagst du? Thank you! Du hast einfach dein Getränk in einer Ananas. Wow, richtig schön! Ich wollte sogar die Ananas essen. Wolltest du die Ananas essen? Kina, trink mal und sag mal, ob das schmeckt. Ich wollte Kibli, aber ich das nicht. Das ist mit Kibli und Ananas. Lecker? Von außen sieht gut aus und in halt ist Quatsch, oder was? 4 von 10. 4 von 10? So ein Ding? Okay, ich bin schockt. Seid gespannt, Leute, wo wir euch überall mitnehmen, Leute. Wir können euch das nicht verraten. Ihr müsst dranbleiben und genau jetzt Daumen nach oben machen. Und aktiviert die Glocke, folgt uns für mehr Content. Wir sind ja aktuell in Ghana, ihr wisst. Und Leute, es ist unglaublich nice. Und aufregend, euch einfach Ghana zu zeigen. Und wenn du ein Teil davon werden möchtest, dann abonniere. Genau jetzt. Und Daumen nach oben, Leute. Daumen nach oben. Let's go! Mein Trinken schmeckt 11 von 10. 11 von 10? Ja. Und jetzt... Oh, breakfast. My breakfast food. Oh, und hier, okay, ist es dein Burger? Glaubt mir, Leute, kommt alle hier hin. Okay, machen wir deinen Burger kurz auf. Oh mein Gott. Was ist das jetzt, was du bekommen hast? Bacon, Bagel. Avocado, Ei und Bacon. Oh mein Gott. Yeah, lecker. Freunde, ihr müsst hier hin kommen. Wenn ihr hier hin kommt, bestellt euch auf jeden Fall Cain's Burger, Leute. Der schmeckt unglaublich lecker, ne, okay? Boah, Leute, man merkt, das ist so ein Briochebrot. Der ist so weich. Daisy's Bagel. Bagel auch richtig weich. Auch richtig lecker, ne? Sag mal ehrlich, würdest du das empfehlen? Boah, Avocado. The good baker? The good baker auf jeden Fall, Leute. Kommt hier, ja. East Lego, ne? Ja. Also Baguette. Oh, Kina, möchtest du das jetzt alleine essen? Boah, das sieht richtig knusprig aus. Alles hier leer, Leute. Das sieht mir lecker. Thank you very much, ja. Wollen wir das erstmal durchschneiden? Das ist doch schön. Das hier weg. Boah, lecker, lecker. Und? Schmeckt gut? Ich hab richtig glücklich auch so ein knuspriges Brünchen gehabt, Leute. Ihr wisst, in Deutschland immer so belegte Brünchen und so. Das kriegst du mir nicht an der Straße einfach so. Man kriegt zwar alles, aber nicht das. Das hier schmeckt mir gerade richtig gut. Das hat dir gefehlt, ne? Komm, Leute, wir teilen, wir teilen, komm. Und danach wollen wir was Entspanntes machen, Leute. Der Rest ist für euch, ja? Thank you, Boss. Wir haben insgesamt 48 Euro gezahlt. Ich hab erst gesagt, grad ist voll viel. Aber eigentlich für das, was wir gegessen haben, mit Getränken und so, ist das auch wieder okay, ne? Irgendwann später. Hey, Weihnachten! Yeah! Nimm mal deinen Zincity, du hast. Was? Was hab ich denn jetzt geschrieben? Accra Happiest Place. Wir sind mal gespannt. So, wir gehen jetzt da hin. Leute! Und Caden ist richtig aufgeregt. Wir sind angekommen! Zeig mal deine Socken. Oh, welche Socken hast du denn? Zeig mal. Lila. Wow, ich hab hier blaue Socken. Ein Klick ist blau, meine Lieblingsfarbe. Was für eine Farbe hast du, Kinder? Oh, orangene Socken. Und Daisy, was hast du für eine Farbe? Grün! Wow! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Blüß! Wow! Oh, wow! Und, 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 oh! Wow! Kannst du dich jetzt verwandeln? Okay, komm mal! Ey! Ey! Komm einfach! Ich spring mit ihr! Wey! Ja, Mann! Okay, okay! Zeig, was du drauf hast! Oh! Und? Oh! 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 Oh, war, Kay? Okay, hast du es geschafft? Nein! Nein? Komm, Kay! Und, und, und? Yeah! 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 Ja! Muss man Geld reinpacken? Und, 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 und? Oh, das war knapp! Einfach so? Glaube ich nicht. Ich glaube, man muss Geld reinpacken. Oh, 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 und, 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 und. Wey! Okay! Kay, jetzt aufpassen! Jetzt dreht sich das! Yeah! Thank you! Oh, oh, okay! Jetzt musst du aufpassen! Easy! Hä? Was? Hä? Hä? Auf die Plätze! Fertig! Los! Ey! Licht aus! Oh, 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 oh Von Skala 1 bis 10, wie fandst du das? Ich sehe, du hast richtig Spaß, Boy. Check. Jetzt foamjub. Let's go. Oh, was ist das denn hier? Drei, zwei. Natürlich reinspringen und nach oben klettern. Komm rein da. Genau, Kay, jetzt hochklettern. Komm, Kay, genau so. Wow. Sehr gut, Kay. Wuhu. Oh, ne? Wir haben richtig viele Sachen hier, oder? Wow. Oh, oh, oh. Und drei. Eee. Kinder, du auch? Spring, spring. Eee. Oh, mein Gott. So gefährlich, ne? Oh, mein Gott. Kay, hast du Lust drauf? Kommst du aber auch wieder raus, das ist meine Frage. Du musst da durch und dann kommst du, glaube ich, unten wieder raus. Kay, bist du jetzt wieder rausgekommen? Oh, schön. Du musst von hinten. Auf die Plätze. Fertig. Los. Schnell, Kay, geht los. Hoch, 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 geht los. Du schaffst das. Wer schneller oben? Kay, dann komm, du schaffst das. Kay, dann. Kay, dann. Kay, dann. Kay, dann. Kay, dann. Kay, dann. Wuhu. Wuhu. Du bist ein Kämpfer, du schaffst alles, komm. Du bist schneller als Papa. Kay, dann hat gewonnen. Kay, dann hat gewonnen. Kay, los, los. Sieger. Guck mal. Du hast leider verloren. Basketball. Oh, easy. Freunde, hier ist auch kein Klimaanlage, Leute. Wie schwitzen alle hier? So warm, ich schwitze. Das ist krass. Wir rutschen, wir rutschen da und dann fällt die hier auf den Boden. Ja, ne? Ich bin so gespannt, ne? Mit Füßen rein und so. Wann geht das los? Das ist meine Frage. Was? Macht ihr doch nichts? Er sagt, nein, bin ich. Leute, die Rutsche ist so steil. Die Rutsche ist so steil, Leute. Guckt mal. Oh mein Gott. Passt du durch? Ich hol dir gleich was. Ja, ich hol dir gleich, ja? Kor, 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 kor. Nicht die Konzerte. Ja, komm mal. Wuhu. Oh, 100. Oh, 300. 200 Und tschüss Change Oh, ich kenn das hier Hier ist links und rechts, guck mal, Brennball Deine Seite und das ist Cain's Seite, Cain ist blau und du bist orange Komm, mach mal jetzt Merkball Ich glaub sogar Merkball war das Auf die Plätze, fertig Und jetzt Abwurf, Merkball Komm, abwerfen Kinder, du darfst nicht abgeworfen werden Genau, Mama und Kinaya Versus Cain Cain, pass auf, Cain, pass auf, nicht, dass du hinfällst Cain, aufpassen Komm, Cain, wirf Mama ab, sehr schön Komm, Cain, nicht abgeworfen werden Komm, genau Und wirf Mama ab Oh, er hat dich getroffen Mama raus, du bist raus und tschüss Raus, 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 raus Los, Kinaya, du musst Cain treffen, damit Mama wieder reinkommt Kinaya, auch was Mama, mach jetzt so Kinaya, komm Kinaya, machst du jetzt Pause oder nicht Komm, Cain, wirf Mama ab Komm, Cain, wirf Mama ab Los, los, los Oh, der war nicht, der war nicht, okay, pass auf Kinaya hat da gar keine Lust, sie macht da was anderes Oh, der war, ne? Oh, der war, ne? Oh mein Gott Cain, du bist viel zu gut, komm Cain, du bist viel zu gut für dieses Spiel Weißt du, was einige machen? Die drehen sich um mit dem Rücken und dann springen die runter So Dein Sohn möchte jetzt gegen dich, ja? Komm, zeig ihn mal Cain, ich möchte echt gegen den Kopf noch? Ja Was du drauf hast Auf die Plätze, fertig, los Ja, sehr gut Cain, Vorsicht Aufstehen, mehr werde ich Oh, Cain Nein, du bist raus Ja, ich bin raus, ich möchte nicht Papa Du bist raus Cain ist zu gut einfach Ja Papa, bist du ein Löwe? Ich bin eigentlich nicht Dann geh jetzt auf die rote Rutsche Ja, kein Problem Okay, los Okay Ben möchte jetzt hier mal zeigen Dass er die Eier hat da runter zu rutschen, Leute Es war Todes Hung von da oben Okay, los jetzt Okay, los jetzt Und seid ihr jetzt ready? Ich glaub, Cain Ich glaub das hier, erzähl mal deine Uhr Ich glaube, wenn deine Uhr rot leuchtet, dann ist die Zeit vorbei So, Freunde, es leuchtet rot und rot bedeutet Cain Das ist die Zeit abgelaufen Genauso sieht's aus, ist red, Leute Komm, gib ab Thank you very much So, ihr seid ready Let's go Bye, ja Tschüss Dreht euch mal um und sagt Tschüss, Bliss Tschüss, Bliss So Leute, wir parken jetzt einmal gerade Wir wollten ja ein Haustier holen Beziehungsweise ein kleines Geschwisterchen für unseren Hund Benne Wir wollen diesen Hund haben Und viele von euch wollten es sehen Und wir haben dann quasi die Location jetzt wieder gefunden, wo wir letztes Jahr waren Und kleine Hunde gesehen haben Und dann gehen wir jetzt hin und euch mit Und wir gucken mal, was es da für süße kleine Babys gibt So, Hand in Hand Papas Hand Und los geht's Komm mal, golfen, Leute, geil Irgendwann auch hier golfen Jetzt gucken wir mal nach einem Haustier Freust du dich oder freust du dich nicht? Wow, vorbecken Hey Die haben blaue Augen Hey Hallo, süß Okay, was meinst du? Stinkt die doch noch Findest du nicht süß? Doch, aber die stinken Stinken die? Ja, Blue One Traust dich, Kina? Desi, traust dich? Süß Sehr süß Hier, Kaken, guck mal hier Der genießt das Muss vorne machen Wollen wir mal vorne Der ist sechs Wochen alt Der ist sechs Wochen alt Der ist sechs Wochen alt und kostet 300 CDs Der ist süß, oder? Sehen wir stinken Nein, ich muss hier Mach mal hier Achso, ohh Warum hier nicht? Möchtest du? Oha, hier, guck mal Hier, zwei Mit zwei Oh, süß Auch nur hier ist natürlich blut Eis das sind alle geschwister hier sind alle geschwister zu süß hier die sind doch alle so freunde jetzt gehen wir weiter wir haben uns ja nicht entscheiden können aber ihr könnt auch auf tiktok alles verfolgen wir sind nicht fündig geworden aber nichts desto trotz haben wir die nummer genommen und müssen erstmal alles vorbereiten bevor wir einen hund holen schreibt auf jeden fall in die kommentare was für einen hund sollen wir holen wir haben ja zu hause auch benne die müssen sich vertragen nicht dass benne sich streitet oder so jetzt gehen wir noch mal was schauen falls das akku vorbei geht oder falls es ausgeht dann war es das aber bis hierhin ist noch die kamera am start oh vögel andere hundehälfte hier also ihr seid gar nicht ihr seid gar nicht überzeugt kate meinte direkt nein die fälle und so